Jo! Diesmal zeige ich kein Bild von mir, sondern vom Auto, das mal wieder festsitzt. Und damit wir mal einen größten Eindruck bekommen, wo wir hier sind. Naja, Wetter ist ja schön, ne? Aber irgendwie war es auch nicht so recht. Ich könnte ja eigentlich Mittag machen. Oder mir überlegen, was man sonst tun könnte. Macht irgendwie auch Spaß, ne? Ja, scheiße!